Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast und schöne Szenen nach UFC 264. Conor McGregor bedroht auf Twitter Dustin Poiré, Dustin Poiré's Tochter und Familie. Lösch diese Tweets kurze Zeit später wieder. Viel Spaß bei dieser Episode. Lass vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja, Conor McGregor geht einen Schritt zu weit und es wird ein bisschen sehr eklig. Conor McGregor hat wieder getweetet, hat diese Tweets auch wieder gelöscht. Er schrieb, ich bin ein gefährlicher Mann, ich bin ein nasty Dude, das verspreche ich dir. Dann hat er Bilder von Dustin Poiré und Dustin Poiré's Tochter gepostet. Dann schrieb Conor McGregor darunter, Gonesso, Gonso, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das quasi umgangssprachlich für Gon, also gegangen, also Conor McGregor bedroht Dustin Poiré und Dustin Poiré's Tochter. Es gab ebenfalls Szenen nach dem Event, also direkt nach dem Oktagon, da hat Conor McGregor gesagt an Dustin Poiré, du und deine Frau, ihr werdet beide im Schlaf sterben. Glaubt mir, also wirklich unschöne, unschöne Szenen von Conor McGregor nach diesem Fight. Natürlich, Dustin Poiré hat McGregor auch provoziert, gar keine Frage. Aber, dass Conor McGregor hier so weit geht und tatsächlich auch schon Bilder von Poré's Tochter postet, das ist makaber auch. McGregor schrieb später noch, hey Leute, ich will nicht, dass man mit meiner Foundation, mit meiner Charity-Arbeit irgendwelche Negativität assoziiert. Also, möchte ich diese Chance nutzen und mich dafür entschuldigen, dass Dustins Frau versucht hat, mir privat auf Instagram zu schreiben. Ja, was soll man da sagen? Ich denke, die Nevada State Athletic Commission kann sogar etwas dagegen machen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass Kämpfer außerhalb des Oktagons nicht mehr von der Commission belangt werden können. Das ist mittlerweile möglich. Die Tweets wurden sehr schnell gelöscht, aber nichtsdestotrotz sind sie trotzdem noch da im Internet. Das Internet vergisst nicht und es kann durchaus sein, dass die UFC oder die Nevada State Athletic Commission sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Das ist so makaber. Das ist auch kein Trash-Talk mehr. Es gibt irgendwo so diese Grenze und manche ziehen diese Grenze schon, wenn es heißt, McGregor beleidigt Porries Frau oder das war auch bei Khabibs Frau der Fall, aber dass McGregor jetzt auch an die Tochter, das ist einfach absolut makaber und da fehlen einem die Worte. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie unten rein. Folgt Will of MMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.